Hallo, seid gesegnet. Ich wollte mit euch über ein ganz wichtiges Thema reden, über das Thema Flüche. Flüche gibt es immer noch und gab es schon immer und Flüche sind sehr ernst zu nehmen. Das ist eine sehr ernst zu nehmende Waffe auch vom Feind. Und das Gegenteil von einem Fluch ist segnen. Und einen Fluch auszusprechen, auch über anderen hinterlässt immer Spuren, auch bei einem selber. Deshalb soll man das niemals selber machen, auch wenn wir das könnten, dürfen wir es nicht machen, weil es für uns negative Auswirkungen hat. Also bitte niemanden verfluchen. Manchmal mischt sich das so ins Alltagsleben ein oder so, dass man sowas denkt oder so losschickt. Das muss man versuchen wirklich abzubauen, weil das ist wirklich gefährlich und Flüche haben auf jeden Fall eine Wirkung. Und der Feind versucht uns immer wieder anzugreifen durch Flüche bei unserer Arbeit. Auch wenn wir jetzt nur in Position gehen und für Jesus was machen wollen oder irgendwie, dann geht es schon los. Es ist nicht nur so, dass Menschen uns verfluchen. Zum Beispiel hat mich jetzt auch für diesen Dienst her, für das, was ich da mache, hat mich jetzt auch schon eine Frau verflucht. Nein, man hat mich schon verflucht, ja. Ich weiß nicht, bewusst oder unbewusst, also schon bewusst natürlich, ja. Aber wahrscheinlich nicht bewusst, wie gefährlich sowas ist und dass das auf einen selber zurückfällt. Und vor allem, wenn man andere Dienste so angreift oder so, das kann sehr gefährlich sein. Also für einen selber, weil man dafür Rechenschaft abgeben muss. Und also auf jeden Fall auch seine Feinde möglichst nur segnen. Das ist schwierig, ja, aber lieber segnen, ja. Deshalb hat Jesus seine Feinde auch gesegnet, ja, und vergeben. Also es ist besser, wie jemand verfluchen. Und, ja, Jesus ist derjenige, der den Fluch des Gesetzes von uns genommen hat, indem er selbst um Fluch wurde, um unsere Willen auf dem Holz, ja. Damit wir, damit der Segen Abrahams zu uns kommen könne, damit wir durch den Glauben, den Geist empfangen würden, der uns verheißen worden war, ja. Vorher standen wir unter dem Gesetz des Fluches, ja. Warum das? Es ging schon los mit dem Sündenfall. Und für die Sünde wird man eigentlich verflucht, ja. Und die Sünde lastet auf einem als ein Fluch, ja. Und sogar in die dritte und vierte Generation, wie in der Bibel steht. Es steht in 2. Mose 20, Vers 5 oder 34, Vers 7 oder 4. Mose 14, Vers 18 oder 5. Mose 5. Da steht es, dass tatsächlich so war, dass diese Sünde durch Fluch sich weitergibt in die nächsten Generationen. Aber in 5. Mose 24 steht, dass Gott bestraft jetzt nicht die Kinder für die Sünden ihrer Eltern. Also das macht er nicht nur für die eigenen Sünden. Aber diese Sünden geben sich halt durch die Generation oft gerne weiter, ja. Und das ist das Problem. Und Gott hat gesehen, dass wir es nicht schaffen, ja. Dass wir das Gesetz nicht einhalten können. Das Gesetz selber, das uns Mose gegeben hat, wurde eigentlich zum Fluch für uns, weil wir es nicht schaffen, ja. Und deshalb hat er seinen Sohn geschickt, ja. Und hat Jesus zum Fluch gemacht für uns, wegen uns. Damit er all diesen Fluch, diese Sünden auf sich genommen hat. Auf dem Kreuz, ja. Auf diesem Holz. Damit wir frei werden können. Ja, der hat all unsere Sündenlast auf uns genommen. Damit all unsere Sünden getilgt sein mögen. Und das ist schon eine krasse Nummer. Und diesen drei Stunden Finsternis, ja. Als Jesus gekreuzigt wurde, ja. Da kam ja eine dreistündige Finsternis über das ganze Land. Und nicht nur über das ganze Land. Das muss im ganzen Universum stattgefunden haben. Und steht da in Markus zum Beispiel, 15 Vers 34. Und als die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Elohim, Elohim, lama sabachthani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es war tatsächlich so, dass Gott ihn verlassen hat. Weil Jesus, weil Gott, Jesus sozusagen da verflucht hat an dem Kreuz. Er hat alles auf sich genommen. Jeden Fluch, Bann und Zauber, alles. Und all unsere Schulden und Sünden auf sich genommen. Er war verflucht für uns, ja. Und er hat es auf sich genommen, um das endlich von uns zu nehmen. Und so hat er fürchterlich gelitten. Und was er in dieser drei Stunden Finsternis durchgemacht hat. Er hat alles auf sich genommen, ja. Alles. Und es ist alles auf ihn reingeprasselt, ja. Die sind alle auf ihn losgegangen. Sie sind alles auf ihn reingeprasselt. Was wir da gesehen haben, was er durchgemacht hat, das war nur die Spitze des Eisbergs, ja. Der hat brutal gelitten in diesen drei Stunden. Das waren die schlimmsten Stunden überhaupt, ja. Und hat aber alles auf sich genommen, um damit wir frei sein können, ja. Und wenn wir uns heute jetzt zu Christus bekennen, ja. Und sagen, ja, ich will zu Christus gehören. Ich will kleiner Christus sein und ihm nachwandeln, ja. Dann ist dieser Fluch, dieses Gesetz ist auch von uns genommen, ja. Und diese Flüche, die auch heute noch auf uns geworfen werden, ja. Vom Feind. Und nicht nur von Menschen, genau das wollte ich vorhin sagen, sondern auch von Dämonen, ja. Auch die Dämonen verfluchen uns ständig, ja. Also wenn die nur sehen, wir gehen jetzt in Position, wir wollen irgendwas machen für Jesus oder so, dann bombardieren sie sich uns schon mit Ablenkung, mit Verstreuung, mit irgendwelchen Verzweiflungen und also mit allem Möglichen. Die wissen schon, wie sie es machen, ja. Die können einen so aus der Bahn werfen oder versuchen sie, ja. Aber wir haben die Autorität, durch Jesus seinen siegreichen Tod am Kreuz, jeden Fluch zu brechen, in seinem Namen. Und das muss man wissen, man kann jeden Fluch brechen, in seinem Namen. Man braucht nur den Namen Jesu benutzen. Und das muss man wissen. Und ich breche jetzt, bevor ich in Position gehe oder bevor ich lange ins Gebet gehe oder sonst irgendwas, breche ich erstmal Flüche über mir, weil der Feind uns verflucht, ja. Es macht er, ja, aber es macht überhaupt nichts. Ihr braucht keine Angst haben für irgendwelche Flüchen, auch wenn uns, aber auch wenn uns jetzt jemand wirklich ins Gesicht flucht oder so, verflucht, ja. Es macht überhaupt nichts, weil ihr könnt es brechen im Namen Jesu, ja. Ihr könnt jeden Fluch brechen und ich mache das also jeden Tag, ja. Weil wenn man für Jesus dient, dann wird man bombardiert, ja. Es ist so. Und das wollte ich euch sagen, ja. Und ich zeige euch gleich, wie man das Flüche berichtet, dass kein Zauberer, kein Hexen wird. Das geht ganz einfach, ja. Im Namen Jesu. Und man braucht nur den Namen Jesu benutzen und hinterher am besten noch den Segen draufsetzen, ja. Und wenn ihr merkt, wenn ihr so eine Unruhe spürt oder so, wirklich merkt, es funktioniert überhaupt nichts, ja. Und ihr könnt nichts machen, es geht nichts weiter, ihr kommt nicht in Position. Ihr werdet mit Hindernissen von einer Barrikade in die nächste, ja. Ja, das ist so ein Zeichen, dass man mit Flüchen beworfen wird, ja. Warum lässt Gott es zu? Ja, er lässt es zu, weil wir kleine Christusse sind und Jesus nachfolgen und unser Kreuz tragen, ja. Wir teilen dieses Leid mit Jesus, ja. Was er da getragen hat. Er hat ja auch alles für uns getragen. Und wir tragen halt unsere kleine Portion, ja. Das ist nur eine Mini-Portion von dem, was er getragen hat für uns, ja. Aber weil wir im Nachfolgen tragen wir halt auch unsere Kreuzchen, ja. Wie Simon, ja, der ihm geholfen hat. Das war symbolisch dafür. Der Simeon, wo ihm das Kreuz getragen hat, ja. Und so tragen wir auch unser kleines Kreuz. Und diese Flüche, die wir landen können, das sind unsere kleinen Kreuze. Und Jesus nimmt die zu gegebener Zeit, verwandelt er sie in Kreuze und nimmt sie wieder von unseren Schultern, ja. Und diese Kreuze werden später in pures Gold verwandelt, ja. Weil diese Leiden, die wir hier auf Erden haben, das wird alles, alles, jedes Leiden wird verwandelt in pures Gold, ja. Die puren Gnaden im Himmel. Also je mehr ihr leidet euch auf Erden, desto schöner wird es nachher im Himmel. Das ist so, ja. Also kann man seine Leiden gedroht dem Herrn opfern, sozusagen, ja. Und sein Leiden tragen. Für Christus. Weil man sagt, ich will dir nachfolgen, ich trage mein Kreuz, ja. Ich folge dir nach, ich trage mein Kreuz, auch wenn es schwierig ist manchmal, ja. Ja. Und, ähm, wie können wir uns die Flüche brechen? Ähm, ganz einfach, also ich, ich mache das so, ich breche. Auch jegliche Flüche, die über meine Familie, über meine Kinder gesprochen wurde, ja. Weil die, die werfen alles mit Flüchen. Auch gerade diese Dämonen und so. Ähm. Oh, Herr Jesus. Ich breche jetzt jeden Fluch, Bann und Zauber und bösen Wunsch, jede Hexenkraft, die über mir, meinen Kindern und in meinem, in diesem Haus, meinen Brüdern und Schwestern da draußen gesprochen wurde. In Namen Jesu. Und löse alles auf in Segen und Wohlgefallen. Oh, Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Oh, Herr, hebe dein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Dein Name sei über uns. Herr, segne uns mit dem Köstlichsten des Himmels, mit dem Tau, mit der Flut, die drunten Ruhe, mit der Köstlichen Frucht, die in der Sonne reift, mit den Köstlichen Früchten, die die Monde sprossen lassen, mit dem Besten der Uralden Berge und dem Köstlichsten der ewigen Hügel und dem Kostbarsten des Landes und seiner Fülle. Und das Wohlgefallen dessen, der am Donbosch wohnt, komm auf unsere Häupter und auf die Scheitel der Geweihten und unseren Brüdern und Schwestern. Und dafür danken wir dir, Herr, und loben und preisen deinen heiligen Namen. Heilig, heilig, heilig bist du. Heilig, heilig, heilig. Geheilig ist dein Name, wie am Anfang, so wie jetzt und alle Zeit, wie in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Sei gesegnet.